Willkommen zurück zu Let's Play, ähm, das Spielchen hier und die Lösung des Ganzen befindet sich hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Äh, Quatsch. Eins, vier und sechs. Eins. So. Eins. Nein. Ähm. Ach, verdammt, jetzt habe ich den Boden beruhigt. Den ersten kriege ich so. Oh. Nee. Verdammt. So. Ach, scheiße. Ach, moin. Eins. Wie dreckig. Okay, ich muss das doch irgendwie anders hinkriegen. Nein. Nein. Vier, ist der da hinten? Hoppla. Nein. Das sind die vier. Nein. Das sind die vier. Nein. Das sind die vier. Nein. Ach, verdammt. Also nochmal. Eins. Komm. Eins. Vier. Und jetzt muss ich die sechs schaffen. Hey, das war aber richtig. Das war 100 pro. Eins. Vier. Und. Habe ich ja irgendwo. Nochmal. Eins. So. Konzentration. Ah, fuck. Jetzt ist wieder der. Da hinten drauf gehören. So. Eins. Vier. Und. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ist der äußerste. Aber das hat doch funktioniert. Trifft die Fledermäuse in der richtigen Reihenfolge ohne den Boden zu rinfen und du entdeckst ein Geheimnis. Was habe ich da gemacht? Hier. Eins. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, Moment. Vielleicht hat es auch wirklich eins. Dann. Vier. Und. Dann. Sechs. Aha. Ich durfte die nicht töten, sondern ich müsste wirklich nur einmal treffen. So. Du schaffst sie alle. Und ich habe den ganzen Spaß. Das Gute ist, jetzt habe ich den hier. So. Wo fehlt mir noch was? Mir fehlt noch im Burg Lupia. Fehlt mir noch eins. Und mir fehlt hier noch eins. So. Lass mich mal kurz. Oh. Das Schwert haben wir. Das ist doch zumindest schon mal etwas. So. Wir sind dabei, die letzten goldenen Ausrüstungsgegenstände zu holen. Und. Ich probiere es nochmal hier. Ja, das ist mir egal. Öh. Das war jetzt schon ein bisschen dreist. Aber egal. Hier kann ich zumindest mal meine Lebenspunkte auffrischen. Das wusste ich. Deswegen waren mir die Lebenspunkte hier an dieser Stelle Wurst. Öh. So. Hier geht es weiter. Völlig blöd. Hier entlang Ach komm So und Hier ist wohl noch irgendwie ein Secret, das will ich Okay Direkt Irgendwie Ach komm schon Okay Dann kann ich mich angreifen Dann gebe ich die Eisringe So ich probiere mal Einfach hier alle Gegner zu besiegen Hier gibt es irgendwas zu erschnuppern Ich frage mich, ob das nicht vielleicht sogar das Secret ist Das hier erschnuppern ist Ist es nicht Ich bin mir ziemlich sicher Ich gehe mal hier unten den Weg ab So Mal eben kurz die Die Luft wieder Ansaugen Strange Also ich weiß Das Aus einer Map, die ich mir rausgesucht habe Das hier Eigentlich Das letzte Rüstungsteil sein sollte Aber okay Okay Ähm Die Frage ist Oder ist das Ich muss mich hier Okay Okay Jetzt Schlange bin ich hier für zu leicht Das funktioniert Das funktioniert nicht Wenn ich mich hier irgendwie An dieser Dinger runterfallen lasse Nein Nein Na komm Hm Confused Aber das macht nichts Wir können zumindest Die Teleportstab benutzen Und uns Einmal kurz hier rüber teleportieren Und hier haben wir ja unseren Waffenschmied Und kann er zumindest schon mal die ähm Diese ultimative Waffe herstellen Vielleicht hat uns das Reicht uns das auch schon fast Boah Die kostet aber viel Boah Die kostet aber viel Boah 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 Ey Und aufgerüstet ist sie auch So Goldene Schwerte Boah Angriff 3 Äh Genau Dann gucken wir mal Ob das jetzt was bringt Wenn wir uns hier rüber teleportieren lassen So Jetzt seht ihr mal Es sind immer noch Die beiden Die hier offen sind Na gut okay Wem auch sei Vielleicht Reicht diese Waffe schon Um hier Jawoll Sehr gut Wir können jetzt weiter Erstmal Ups Boah Wie dreckig Ja komm Da lassen wir uns doch Mal bewusst drauf gehen noch Das ist doch jetzt hier echt Dreckig an der Stelle Also Die Stelle selber ist gar nicht mal so schwer Ja Eigentlich Nee Wie geht Äh Müssen wir jetzt hier irgendwas noch machen Gehts jetzt hier nach rechts Oder gehts jetzt hier nach links Gehts jetzt hier nach rechts Gehts jetzt einfach mal nach rechts Und hoffe WTF Dass das der richtige Weg ist Au Okay Okay Ich kümmere mich jetzt erstmal um dieses Hässliche Ding hier oben Fremds Grech Alter Was für ein dreckiger Move ist das hier Ich muss mit der Schlange weiter anscheinend Sehr gut Bin mal gespannt was jetzt kommt Weil Da wir sind noch lange 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 nicht am Ziel Das wäre mir nämlich kein Wunder Wenn Genau Hier jetzt gleich Solche Moves kommen So was haben wir denn hier Ich weiß nicht ob das zu Loop war jetzt in diese Richtung Nein 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 Geh mal lieber hier unten erstmal lang Oh was haben wir denn hier Äh okay Was passiert mir hier jetzt Das ist ne ziemlich lange Treppe Oh super Einmal abspeichern möglich Und wir können hier nochmal Kram kaufen Das hab ich gern So mag ich das Und Oh Oh Na nu Mysticat Ja Es überrascht mich nicht Dass du es so weit geschafft hast Danke nochmal Dass du Äh Mir meine Aufgabe erheblich erleichtert hast Zwing Es wird Zeit Einen königlichen Berater Es ist meine Schuld Es ist meine Schuld Dass es so weit gekommen ist Also werde ich dich Für alle meine Freunde Und das Volk des Königreichs Von Monsterworld zur Strecke bringen Und wo sind deine Freunde Sie haben dich im Stich gelassen Aber keine Bange Ich werde sie schon bald In deinem Namen quälen Du jedoch wirst sterben Äh Okay Äh Okay War das Was war das jetzt Äh Irgendeine davon ist jetzt Leuchte leuchte Check ich nicht Moment Okay Da passiert irgendwie nichts Ich probiere es weiter mit ihm hier Wupp Au Das ist gemein Okay Also irgendwie muss ich die eine davon treffen Oder irgendwie sowas Vielleicht noch ein Dash oder so Nee Irgendwie nicht Oder vielleicht Im richtigen Moment Oder so Achso Moment Kann es vielleicht sein Dass ich die Ah Ich verstehe Ich muss die jeweils Mit dem Richtigen Dude treffen Okay Nehmen wir uns jetzt Nicht zum Frosch vor Gute Frage So Das letzte Was jetzt bleibt Ist die Schlange Okay Die werde ich so nicht treffen können So Aber in der nächsten Phase Werde ich ihn treffen können Denke ich Mal gucken was jetzt passiert Zickzack nochmal Yay Das war ein schöner Treffer Du doper Mensch Nun gibt es kein Entkommen mehr für dich Ich werde dir nie gestatten Meine Welt zu erobern What the fuck Was ist los du Held Schwach auf den Beinen Dieses Gefängnis entzieht Dir alle Energie Bis zu deinem letzten Atemzug Was ist das für ein Gefühl Wenn man weiß Dass man Seine Freunde enttäuscht hat Du bist allein Ähm Moment Anscheinend doch nicht Du siehst ein bisschen Durstig aus Dämon Der Nahe des Königs Was machst du denn hier Oh sweet Von wegen Ich hab keine Freunde Wir haben es geschafft Jin Wir haben den Limon abgelenkt Komm da raus Lange du noch kannst Yay Das ist die Gelegenheit Die Sache zu beenden Glaubt ihr eure Tricks Könnten euch Verschwindet Lästige Ungeziefer Du wirst für alles bezahlen Was du meinen Freunden Angetan hast Genug Es wird Zeit Dich für Ein vor allemal Zu erledigen Junge Ähm Okay Gar nicht So Verk- Ah Nee Mieses Ding Ich muss auf jeden Fall Schauen Dass ich hier Weiterhin Feuer Spucke Au Schon wieder Ein Fertag Und Das kommt Nee Wow Mal lieber schnell hier raus Vor Geduld Ha Das funktioniert Okay Äh Moment So kann es mir nicht davon kommen Okay Das ist Das Das geht sogar hier Nein Fuck Ich dachte mir schon sowas Kugel und so Boah Aber die wird ganz schön flott Und Ganz schön flott unterwegs Jetzt hier Gotcha Nee Okay Einmal noch glaube ich Ah fuck Yes Hab dich Was jetzt Äh Double Vermutlich Frosch Oh Okay Alles klar Drei Kugeln kommen Dann muss ich ihn betäuben Und Ah Die Klambe ist das Ziel Komm noch einmal Welche wird es sein Er ist es Stimmt Was zum Hengen Aber das denn Das ist ja wohl eindeutig was ich jetzt hier brauche Das ist ja wohl eindeutig was ich jetzt hier brauche Und Das ist ja wohl Die Klambe ist Und Das ist ja wohl Das ist ja wohl Immer nur so 1, 2, 3 Stücke und dann im Kreis drin. Damn, das war voll daneben. So, ein Stash. Da geht's. Ich übertreib's mal gut. Jetzt übertreibt das hier aber wirklich. So, okay. Jetzt bleibt dann nur noch im Grunde eine Form übrig. Konzentration. Was zum Henker ist das hier? Ja, so einfach. Das war's? Ja, so einfach. 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 Jaaaay! Meine Güte Ich Bin begeistert Es war so ein süßes Spiel Und Ich weiß gar nicht, was er zu sagen soll Es hat echt Spaß gemacht Es war herrlich Das war Monster Boy and the Curse Kingdom Tatsächlich, muss ich echt gestehen Fand ich den letzten Bus gerade Hart, billig Ich sag ja, es ist genau wie bei Legend of Zelda Das Spiel ist erstmal richtig knifflig Und dann werden eigentlich nur die Dungeons immer schneller Aber die Bosse irgendwie nicht Keine Ahnung Und In diesem Fall Ich, ich weiß nicht Ich bin hin und weg Also die paar Euro Die ich dafür gelassen habe Bei Steam Ich glaube ich 15 Euro oder so Weil es gerade ein Angebot war Haben sich definitiv gelohnt Also Zögert nicht, wenn ihr selber mal spielen möchtet Einfach mal zu spielen Es war schon cool Und Auch diese kleinen Rückblicke zu den alten Teilen Das macht schon ein bisschen Also hat schon ein bisschen Nostalgie hervorgerufen Wenn man halt eben gerade sowas wie Ja, Wonder Boy kannte Und Wonder Boy ist sozusagen der erste Teil davon gewesen Und danach Ich wusste, dass es mehrere Teile davon gibt Also mehrere Wonder Boy Teile Ich glaube es ging bis Mon Es ging irgendwie weiter mit Wonder Boy Dann irgendwann hieß es Wonder Boy in Monsterland Und dann ging es War glaube ich schon die Monster Boy Reihe Ging dann los Irgendwie so Es sind irgendwie 5 oder 6 Teile Lasst mich lügen Die dieses Spiel umfasst Breath of the Wild Oh ne Achso doch Breath of the Wild Also es ist Ich habe es Es liegt bei mir zu Hause Ich hab's noch nicht angetestet Aber Ne Ich bin erstmal durch mit Legend of Zelda tatsächlich Also nachdem ich Twilight Princess durchgespielt habe War es dann War dann erstmal mein Legend of Zelda Hype raus Tatsächlich bin ich gerade eben Noch ein bisschen auf dem Star Wars Hype Train Weil ja Episode 9 Vor 2 Tagen rausgekommen ist Upsa Abgerutscht Und Ich war Also meine Freundin Wir waren im Kino Und ich weiß nicht so genau Was ich von diesem Film halten soll Aber er hat auf jeden Fall Mehr Lust auf Star Wars gemacht Deswegen glaube ich Wird mein nächster Titel Wieder ein Star Wars Titel Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher Echt wahnsinnig Wie viele Leute hier An diesem Spiel rumgewerkt haben War es Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland? Rocket Beans TV Der nächste Titel wird abgefahren Würde ich sagen Jawohl Gesamtspielzeit 17 Stunden 56 Minuten 50 Sekunden 70,8% Habe ich abgeschlossen 54 Mal Habe ich das Elixier genommen 134 Mal Bin ich gestorben Und ich habe Insgesamt 9.660 Münzen gesammelt Das ist cool Also Was auch cool ist Dass ich jetzt wahrscheinlich Hier wieder rein Reinspazieren kann So Toll Ich dachte Wir können zumindest Von hier aus Direkt wieder zurück Teleportieren Das wäre natürlich Noch mal um einiges cooler gewesen Aber Nein Anscheinend nicht Ich müsste den gesamten Abfuckte Achso Na klar könnte ich Wieder zurück Teleportieren Was tatsächlich Sogar gar nicht so schlecht Ist Leute Mir fällt gerade So was auf Teleportieren Schauen mal Dass ich mich Teleportieren kann Und Weil Ich weiß zumindest Wo es vielleicht Noch mal ein Teil Geben könnte Welches ich benötige Komm schon Und zwar Unten Lohne ich Bestimmt noch Irgendein Secret Irgendwas Was ich eigentlich Unbedingt gerne noch Haben würde Oh Moment Ha Und auch das Hat sich gelohnt Wo wird man mich Das jetzt hinten Super Wunderbar Oh Wunderbar Wait a moment Ne Das Ding zeigt mir nur Welche ich schon Gefunden habe Anscheinend So Wo komme ich jetzt Hier hin Aha Hier komme ich Zum Teleporter Ja perfekt So Einmal schnell Zum goldenen Schwert Wechseln Denn Ich bin hier Jetzt Kannst gerne Noch mal Diesen Ein Hard Kannst gerne In Angriff nehmen Da unten War ja noch was Dafür braucht Diesen Teleporter Und Aha Hier waren wir Nicht Da kann man Nicht Großartig Weiter Ach Hier können wir Das Schweinchen Freischalten Das ist gar nicht So unverkehrt Ne Hoppla Ach Da hätten wir Ein Wunderbar Gebraucht Nein Nein Dann et Oh, okay. Oh, okay. Oh, no, yes. Huh? Auch ein neues. Schlitz! Nein! Oh, das gibt's nicht. Ich wurde getroffen. Nur weil ich getroffen wurde, habe ich jetzt hier diesen... Ich habe diese Plattform nicht bekommen. So, jetzt aber. Da geht's weiter. Nein! Oh! Wie dreckig ist das denn? Wie man an der Stelle versuchen muss, zu riechen und gleichzeitig zu springen. Ja, wobei eigentlich... Wie... Arschig ist das denn bitte? Wie arschig ist das? Diese Stelle hier ist ja der größte Sauhaufen. Ey! Und ich krieg's echt nicht zu schissen an der Stelle. Einfach mal zweimal hintereinander zu springen. So, erstmal hier drauf und dann... Hier hin. Hier hin. Oh! Und glücklicherweise... Moment. Ah, okay, alles klar. Hier muss ich auf Feuer wechseln. Und auf Feuer. Aha. Zip, zip. So, war's das oder muss ich mich jetzt hier... Äh. Hoppla. So, ne ernsthaft? Und jetzt darf ich wieder von vorne anfangen? Ne. Okay. Wenigstens etwas. Und jetzt darf ich wieder von vorne anfangen? Ne. Wenigstens etwas. So. Einfach hier. Wie? Wie? Wie soll denn das gehen? Hier an der Stelle? Wie soll denn das gehen? Hier an der Stelle? Auf die zweite Plattform eine Bombe zu werfen oder so? Oha. Wie? Wie ich auf der Plattform drauf stand! Ist auch schon wieder so eine süßige Isy-Normal-Gee. Ducken kann ich mich hier nicht Okay, wie auch immer das hier gehen soll, bitte Ah, okay, ich glaube ich habe es jetzt Und zwar geht das, indem man Relativ zeitgleich an die ganze Nummer angeht Also man muss ja aufpassen, wo man drauf springt, das war der Trick Aber hey, damit haben wir jetzt auch das Schweinchen wieder Und Das ist hier die Frage Können wir jetzt hier eigentlich unseren Tripport jetzt endlich wieder machen Aber egal Ich glaube, das brauchen wir hier jetzt nicht, weil wir jetzt direkt zum Tripport herumkommen Und wollte dile把它 Meine D 엉 Toll Ich weiß Nö � Yum, 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 oh, oh my, yum, yum. Dreckiger Move an dieser Stelle hier, aber egal, Life Points sind wieder gestorpt, wir wissen jetzt auch, dass wir hier, dass wir hier hochkommen, irgendwo, was hier, aber eigentlich schon, hier war das, genau, hier kommen wir hoch, das heißt, wir müssen uns hier nicht mehr anstrengen, um zum Bossraum zu kommen, weil hier wären wir schon da, geht ja kein Bossraum, wuhuhu. So, jetzt stelle ich mir nochmal die Frage, Kartmacken, 96,5%, 3, 4, also uns fehlen echt noch viele Dinger, aber das mache ich jetzt hier einfach nicht mehr. Ne, hier gibt's erstmal ein Ende und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis zu meinem nächsten Let's Play, uhaha, ich weiß auch schon, dass es sein wird und ihr nicht, hahaha, bis dann was encontramos. Bis zum nächsten Mal. Wir sindtier nein. Untertitelung des ZDF, 2020